Dieser Nissan X-Trail steht hier zum Verkauf. Der silberfarbene SUV ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 144.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2010. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Allraddiesels überträgt eine Leistung von 150 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2022